So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Info-Folge Pokémon Go. Normalerweise wäre ja heute Raid am Mittwoch dran, aber heute startet auch das Psycho-Spektakel-Event, wo es zum allerersten Mal Diner Raids oder Döner Raids der Stufe 3 gibt mit Tarnel. Ist das eine Herausforderung? Sind die knifflig? Sind die schwer? Sind die brutal? Musst du Glumanda nehmen? Ich finde, Glumanda ist der Döner Raid, den ich in letzter Zeit am meisten gemacht habe. Deswegen bin ich da, glaube ich, gut vorbereitet. 3 Glumanda gegen einen Tarnel wird das sich ausgehen. Ich bin drauf und dran, vielleicht auch extra ein Video zu Tarnel zu machen, so einen 3er Raid mal zu probieren, filmisch festzuhalten. Aber ich muss ja auch noch Raid am Mittwoch machen. Also Raid am Mittwoch am Donnerstag, Döner Raid am Freitag oder Döner Raid Donnerstag und Raid am Mittwoch am Donnerstag am Freitag. Das wird wieder so kompliziert und dann hat sich dieses kleine Strawickel jetzt auch noch vorgedrängt, denn das bekommt einen Community Day im Oktober. Und das ist das eigentliche Thema kurz von diesem Video. Der letzte C-Day war ja jetzt erst, war okay. Der nächste C-Day steht schon wieder halb in den Startlöchern. Denn diesmal ist es gleich zu Beginn vom Oktober wieder an einem Restling-Wochenende. Wahrscheinlich hat eine Yantik und die WWE irgendwie so eine Kollaboration, von der ich nichts weiß. Auf jeden Fall am 5. müsste das sein. Am 5. Oktober findet WWE Bad Blood statt. Und am 5. Oktober ist auch der Strawickel C-Day. Und gefühlt immer, wenn eine WWE-Veranstaltung ist, ist ein C-Day. Meistens ist dann das Muttertier da für die Veranstaltung und kann den C-Day mitmachen. Manchmal war Genaya da und dann war auch noch eine Großveranstaltung. Also das ging sich immer gut aus. Der nächste C-Day, Strawickel, haben jetzt schon wieder die Leute die Nase voll und sagen, ach nö, den spielt das Go Plus aber von ganz alleine. Strawickel gibt es noch nicht in Shiny, glaube ich. Also ist ein C-Day, wo was Neues eingeführt wird. Was auch drei Entwicklungen hat. Also drei verschiedene Stufen, zwei Weiterentwicklungen. Ist doch ganz interessant. Auch wenn ich mit dem Pokémon nichts anzufangen weiß, haben wir ja noch Boni. Vielleicht gibt es ja wieder mehr Staub, vielleicht gibt es mehr EP. Vielleicht kann man den trotzdem nutzen. Und es geht ja trotzdem für mich eigentlich immer um die Stunde chillig rumlaufen durch den englischen Garten und da diese Challenge machen mit Pupsi. Mit wer kriegt das erste Schein, die das letzte und die meisten? Diese kleine Challenge ist ja immer da. Es gibt aufregende Neuigkeiten. Beim C-Day im Oktober steht das Schneider-Pokémon Strawickel im Mittelpunkt. Strawickel, Samstag, 5. Oktober 2024 von 14 bis 17 Uhr. Schreibt es euch auf in den Kalender. Wilde Strawickel erscheinen vermehrt. Erhöhte Shiny-Rade, Vista-exklusive Attacke. Entwickelt Vollikon während des Events oder bis zu 5 Stunden danach, damit euer Matrifol die Sofortattacke Dunkelklaue erlernt. Also diesmal kein Charge-Move. Diesmal eine Sofortattacke, Dunkelklaue, Trainerkampf, 9 Schaden, Arena und Raidkämpfe, 6 Schaden. Es gibt wieder eine Spezialforschung für 1 US-Dollar. Sage ich einmal, holt euch die. Einmal im Monat 1 Euro für euer Hobby ausgeben, das ist schon in Ordnung. Mir wird die ja meistens geschenkt. Ich finde das immer gut. Ich mache die ja auch im Stream, versuche ich die Aufgaben immer zu lösen. Da kriegst du auch immer die fertige Entwicklung noch hingestellt. Du kriegst meistens eine Brutmaschine, ein Sternstück, ein Glücksei. Also das ist cool. Das gehört zum CD irgendwie dazu. Das ist so Tradition. Kannst du verschenken an deine Super-Buddies und so. Deswegen mal gucken, wer diesmal das Ticket schenkt. Das Ticket für das Psychospektakel, was jetzt da ist, war übrigens von NetGhost79. Danke dafür. Ist ja auch für euch immer so ein kleiner Wettkampf. Wer schafft es, dem Dicken hier das Ticket zu giften? Wer schafft es, 1 Euro mir in den Arsch zu blasen? Also das ist immer sehr spannend. Die Leute stehen Schlange, habe ich das Gefühl, um ihr Geld loszuwerden. Event Boni gibt es auch noch. Doppelte Fangbonbons. Bei so einem Pokémon, was jetzt halt nicht so interessant ist, ist das vielleicht ein blöder Bonus. Stell dir mal vor, du hast Tane und doppelte Fangbonbons. Und du weißt, ich spiele den Cedar jetzt und ich habe so viele Bonbons. Ich kann mir locker eine ganze 6er-Armee jetzt hochziehen. Das ist doch cool, weil die nützlich sind. Hier hätte ich jetzt mit 5-fach Staub oder so geköder, dass die Leute den Cedar spielen für ein unnützes Pokémon, aber halt einfach mehr Staub kriegen. Aber nein, es gibt doppelte Fangbonbons. Dann Brutmaschinen. Eier in Brutmaschinen schlüpfen viermal so schnell. Ich wüsste nicht, was jetzt in den Eiern drin ist, was so interessant ist, dass man unbedingt ganz viele Brutmaschinen rausballern muss, weil es ist ja auch gerade kein Event, wo besondere Dinge drin sind. Doppelt so hohe Chance, XL-Bonbons ab Level 31. Wisst ihr, aktivierte Lockmodule 3 Stunden, Rauch 3 Stunden, ein paar Schnappschüsse gibt es auch wieder, die ihr machen könnt, um eure Medaille zu boosten. Ein zusätzlicher Spezialtausch, also zwei dann am C-Day. Denn in der aktuellen Season haben wir ja nur einen pro Tag. Der Bonus ist ja ein anderer. Das heißt, wir haben einen pro Tag. Am C-Day habt ihr zwei und tauschen wieder 50% weniger. Ihr habt diese Bonus-Raid-Kämpfe nach dem C-Day. Da stellt sich der Benjamin Engel immer hin und sagt, die mache ich solo oder probiere im Duo, wenn es solo nicht geht. Ich habe bisher immer noch keinen Stufe 4 C-Day-Raid gemacht danach, weil brauche ich nicht. Mir reicht ja die eine Stunde. Da muss ich nicht dann nach 17 Uhr noch ein Raid machen, um nochmal länger den zu spielen. Brauche ich alles nicht. Sind ja eh vor Ort Raids. War für mich bisher immer uninteressant. So könnt ihr euer Spielerlebnis natürlich noch verlängern. Aber ich glaube, gerade für so einen C-Day ist das halt auch wieder kein Reiz. Nur für die, die immer versuchen, alles als Solo-Raid zu machen. Feldforschungsaufgaben an den Stops wieder, damit ihr natürlich Begegnungen mit Stravigl bekommt, mit Mindest-IV aus den Feldforschungen heraus. Oder halt auch Staub, Superbälle, andere Items. Es wird Showcases geben. Die gehören ja auch dazu. Showcases in der aktuellen Season laufen ja immer von Samstag auf Sonntag. Und dann von Montag auf Mittwoch. Also zwei Tage und drei Tage. Könnt ihr gucken. Pokémon Go Webstore. Interessiert nicht. Event-Boxen. Ne, gibt es ja schon ewig zum C-Day, aber habe ich auch noch nie gekauft. Da ist immer eine Top-Lade-TM auch drin. Die ist gut. Aber für 1350 Münzen eine Top-Lade-TM, da spielt lieber GBL, wenn mal ein Kampftag ist. Da kriegt ihr ja meistens eine geschenkt. Und ich weiß eh immer nicht, für was ich das verwenden soll. Also großartig. Deswegen habe ich ein paar in petto Sticker gibt's. Sieht jetzt hier aus wie ein Affe oder wie ein Küken oder wie einfach nur ein Stück Salat. Genau. Das ist Strawickel, also der Krautwickel. Sucht ihr nach einer Gruppe? Nein, suche ich nicht. Und dann sind wir wieder oben und würden sagen, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace Out, Vorhaut, euer Ramses. Ich weiß nicht, wie Strawickel in Shiny aussieht. Ich freue mich trotzdem auf jeden C-Day, weil es einfach Spaß macht. Seht ihr nicht, wie ich immer Spaß habe, wenn man den Stream startet und es nicht funktioniert und man den direkt dort noch neu machen muss und dann der halbe Kack-Stream, der hässlich aussieht, dann euch vorgeschlagen wird, weil ich den nicht nochmal neu einrichten kann und es jedes Mal Probleme gibt. Auch beim Strawickel wird es wieder Probleme geben, das weiß ich jetzt schon. Und deswegen, Peace Out, Vorhaut, euer Ramses. Schreibt mal rein, habt ihr Bock, habt ihr keinen Bock und was sagt ihr dazu? Wir sehen uns und ciao.